herzlichen glückwunsch an alle leute gebraucht haben und herzlich willkommen bei wetter campbell und schöne grüße an jano labatte 9586 so ich glaube man wieder mich arena die erste runde mecherräder und ja mal schauen wie es aussieht nach dem urlaub viel spaß okay ich spiele ein schnelles match wettbewerb ist noch nicht freigeschaltet ich weiß es kann auch gar nicht ok der rakete ja dann hauen wir mal hier los wenn ich sieben tage mich hintereinander einlocken dann kriege ich ein piloten geschenkt da ist einer bei mir drüben reingelaufen meine lüte da kommt einer fast fast erwischt er kommt euch ansturm da ist da ist da ist Ok. Ah! Marketen treffen mich nicht. Höchst! Wow! Nice! Shit! Gleich bin ich down! Kareten. Ja, Raketen. Jetzt hat er oben wieder einer. Ein Heiler! Aber mein Team hat kein Heiler. So ein Mist. Ah, was war das? Jo, gewonnen! Erste Runde gewonnen. Uh, ich werde das beste Spiel. Zeke jetzt fünf Kontrollpunkte eingenommen. Gut, dann kommt gleich die nächste Runde. Und, ähm, ich werde da aber einen anderen nehmen. Gut, dann bis gleich, würde ich sagen. Äh, Mainz. Und die nächste Runde geht los. Ich habe gesehen, es gibt eine neue, äh, Waffenart. Auch nicht schlecht. Aber... Bis ich die spielen kann, dauert noch ein bisschen, glaube ich. Ich weiß nicht, ich habe da noch nicht so weiter nachgeschaut. Ach, Mainz. Ach, Mainz. Nicht resting. Sorti. Nee. Sag mapped Leib. Wunder der Bedeutungen ist. Btrs folgen. Ich denke mal, das werden wir bestimmt verlieren. Erster Kill, ja! Es geht doch. Oh, da muss noch einer, da muss noch ein bisschen warten. Er ist eine Runde verloren. Oh, da ist auch ein Heiler. Den Helfer. So viele? Shadow. 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 Ah ja klar, mit Absicht so nach vorne gegangen. 3, 2, 1. 1, 1. So, der ist ein bisschen doof in die Sonde, aber wenn ich an der richtigen Stelle gehe, treffe ich auch ein paar. Ja, dann gutes Gelingen. Ja, da ist noch einer. Nicht mehr, oder? Oh, 3 sind durchgekommen. Schnell mal rüber laufen, andere Seite. Hier hinten in der Ecke hinstellen. Und äh, niemand den erwischt. Da wird jetzt mal hingezeigt, wo die landen. Ist zu nah dran. Immer noch zu nah dran. Wird doch nicht angezeigt. Ich dachte gerade, die werden angezeigt, aber da war auch ein blauer Kreis. Den hätte ich noch erwischt. Nein. Denke ich, dass ich den erwischt hätte. Oh. Der drittbeste Spieler. Kein Kill, nur sieben Unterstützung. Zum. Oh ja. Auch gut. Gut. Dann schauen wir mal insgesamt, ob ich da auch gut war oder nicht. Ich bin bestimmt so Zweiter oder Dritter. Ja, Zweiter. Sind das alles hier Bots, oder? Ich glaube schon. Aber hier muss noch ein Gegenspieler drin sein. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Gut. Dann werde ich mal sagen. Geht es zur letzten Runde. Die nächste Runde geht los. 2 gegen 2. Dann habe ich alles heute einmal gespielt. Äh. Wir fangen jetzt mit India an. 1. Go. Let's get things started. Okay. Wuh. Wuh. Was für das? 2-3. 2-5. 2-3. 3-5. Boa. 2-3. 2-3. 2-3. 4-3. Boah, der Strahl macht aber heftigen Schaden. Der ist heftig, der Strahl, was ist das, Stabil, achso, schon ganz ausgeweilt, deswegen, ok, dann kommt jetzt wieder mein Killshot an. Warte doch mal, ok. Ok, es geht jetzt weiter mit Killshot. Ok. Konzentration. Konzentration. 3-1. Schaut gut aus, denke ich mal. Kriegt nichts. Der Ansturm kommt auch durch das Schild durch. Was? Den kriegst du doch noch. Wo ist denn der? Wir verlieren noch, das gibt's doch nicht. Wir verlieren noch. 3-2-1. Jawoll! 1-1. Ich nehm wieder Killshot. Ich muss die Runde gewinnen hier. Oh, jetzt ist er links. Ja. Das war's. Das war's. Ich bin ein. Dann schaue ich. Das war's. Ich bin ein. Oh, f**k, bitte in der Donneacht. Siehrakieter da, aha, aha. Aha, aha. Boah. Nicht nach links geschlaute. War zu fokussiert auf den anderen. Egal. Ich weiß noch nicht, was hier der King-Dingens da macht, aber... Verloren. Gibt's doch nicht. Naja, egal. Es war eine schöne Runde. Jetzt muss ich mal schauen, wo ich meine ART-Coins für benutzen wollte. Weil ich habe zu viele ART-Coins. Was heißt so viele? Ich habe 900. Und ich wollte irgendwas machen mit den ART-Coins. Deswegen habe ich es mir nicht ausgegeben. Aber ich weiß nicht mehr, was ist schon über einen Monat her. Oder ein Monat ist es her. Ja. Naja, egal. Dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch am nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Der beste Spieler. Ja. Bis dann. Bis dann! Oh! Untertitelung des ZDF, 2020